Ja, hallo jetzt mal. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber letztens war ich ja in so einem China-Restaurant. Also ich muss Ihnen sagen, die hatten eine Sphäre. Also das war wirklich so toll. Also mein lieber Herr Gesangsverein. Oh, hallo Freunde, ich bin's, Mickey Mouse. Kommt ihr mit mir in mein Bunde aus? Ja, worauf waren wir denn noch? Auf geht's, Freunde. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Damit das Wunderhaus erscheint, müssen wir zuerst den Zauberspruch sprechen. Mieska, Muska, Mickey Mouse. Jetzt alle zusammen. Mieska, Muska, Mickey Mouse. Och, Hannah has vermelt. Ich bin's, Dutch. Hallo SpongeBob. Wollen wir zum Qualen fischen? Das ist so, als ob dem Chihuahua dein Fuß in den Arsch räumen würdest. Dann würde er auszustehen, wie du singst. Also echt. Oh, ihr seid ja noch da. So, ich kann mal sagen, ihr könnt ihr abschalten. Ich schaue mir das noch an. Also, tschüss. Nein, Nudeln. Willkommen zu einer neuen Folge von What The Fact. Ja, guck mal, guck mal her. Ja, damals, als ich da in der DDR gesungen hab. Da hab ich ja gesungen, ich will so gerne in der DDR spielen. Aber so war das nicht. Ich hab das damals gesungen, weil mir die BHT jetzt auf den Sack ging. Aber jetzt wurde ich da seit 30 Jahren im Modell. Und ich kann dir sagen, ich kann mich nicht beschweren, oder? Also, wie willst du deine Wand haben? Das, klar. Bist du sicher? Ich will's ja nicht nochmal streichen müssen. Ja, ich weiß. Sieht scheiße aus.